Ja, hi, wunderschönen guten Abend, so endlich in Venedig, kaum zu fasten, ja, anstatt gegen 18 Uhr hier zu sein, ja, sechs Stunden später, aber immerhin noch fast pünktlich, anstatt einen schönen Abend in Venedig zu verbringen, okay, so, jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu den Taxibooten. Und freue mich jetzt gleich mit dem Privatschiff ins Hotel zu fahren, ich drehe mal gerade um, zack, so, okay, Koffer noch hingeflogen, so, jetzt ist es zwar nicht so spektakulär hier, aber ich wollte euch jetzt kurz auf den Weg mitnehmen und nachher dann auf dem Privatboot durch den Canal Grande, das ist dann richtig, richtig spannend. Ich freue mich jetzt auch, endlich frische Luft zu haben, denn die Luft war doch nicht ganz so gut den ganzen Tag in der Lounge, aber da gab es einige, die nicht Business fliegen, denen ging es wesentlich schlimmer. So, halbe Weltreise hier, früher musste man da draußen laufen, jetzt ist das alles hier wenigstens angenehm schön klimatisiert. Da vorne sind wir dann auch gleich schon am Ziel. Ja, hi, liebe Susanne, aber es ist kaum glauben, ich habe es geschafft. Hi, liebe Petra. So, jetzt freue ich mich wirklich sehr, sehr, sehr auf die Fahrt mit dem Privatboot über die Lagune. Und freue mich natürlich, wenn du nachher auch dabei bist. Jetzt doch noch eine kleine halbe Weltreise hier. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns nachher gleich, ja? Okay, tschüssi. Und dann weiß ich gleich, ja? Vielen Dank.